Jetzt ist sie da, und zwar gehörig. Nein, nicht die vierte Welle. Ja, die ist auch da. Aber nein, die Inflation. Vor kurzem noch, kleingeredet von der Notenbank, von allen Notenbanken eigentlich, als nur temporäres Ereignis, was sich bald wieder verflüchtigen wird, ist sie jetzt doch saftiger da als angenommen. Wer mir folgt, weiß natürlich, dass ich davon ausgegangen bin, dass wir eine saftige Inflation sehen werden, und jetzt ist sie da. Was ich erwarte, wohin die Reise geht, und vor allem, wie ihr eure Kaufkraft, euer Vermögen schützen könnt, vor der Enteignung, vor dieser unsichtbaren Steuer. Das erzähle ich euch heute in einer neuen und sehr hoffentlich sehenswerten Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich & Partner Vermögenssicherung. Wie schon erwähnt, von den Notenbanken noch vor kurzem, ja, ins Lächerliche gezogen als rein temporäres Ereignis, ist noch kleingeredet, ist sie jetzt da, und sie wird auch da bleiben, die Inflation. In der Eurozone spricht man jetzt schon von 4 bis 5 Prozent bis Ende des Jahres. Selbst die Bundesbank hat sich jetzt geäußert und sagt, ja, wird wohl doch ein bisschen mehr sein, ein bisschen länger andauern, wie wir es vermutet haben. Wieder mal lagen die Top-Experten komplett daneben. Wer mir aber folgt auf Twitter oder natürlich auch auf Instagram oder hier auf meinem YouTube-Kanal, also unbedingt bitte Abo dalassen. Oder wer natürlich meinen sechsten Bestseller gelesen hat, der wusste, was kommen wird. Das habe ich im Dezember geschrieben 2020. Inflation ist Diebstahl und warum jetzt die Inflation kommt. Auch da wertvolle Tipps natürlich drin. Wer das Buch erwerben möchte, gerne auf meinem Webshop mark-friedrich.de. Dann könnt ihr auch gerne mit Signatur und einer persönlichen Widmung zur Konfirmation, zum Namenstag oder halt zur Hochzeit bekommen. Die Braut wird sich freuen über so ein tolles Geschenk mit nachhaltigem Mehrwert. Wahrscheinlich werden diese Tipps länger halten als die Ehe. Nein, Entschuldigung, ich schweife ab. Natürlich hält eure Ehe ewig. Ja, jetzt ist es raus. Die Inflation stieg im August auf gehörige 3,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Das ist der höchste Wert seit 1993. Da ist der ein oder andere noch gar nicht geboren gewesen. Wir sind also auf einem 28-Jahres-Hoch. Damals hatten wir nach der Wiedervereinigung eine Inflation von 4,3 Prozent im Dezember 1993 und jetzt, 28 Jahre später, kommen wir wieder in die 4,5 Prozent-Region. Im Juni, möchte ich euch daran erinnern, waren es noch 2,3 Prozent und im Juli hatten wir dann schon 3,8 Prozent. Und jetzt als nochmal on top 3,9 Prozent. Haupttreiber waren die steigenden Energiepreise, Nahrungsmittel und natürlich die Mehrwertsteuer. Der Mehrwertsteuer-Effekt. Ich hatte auch zu dem Thema Inflation schon das ein oder andere Video gemacht. Unbedingt sehenswert ist natürlich dieses Video. Inflation ist Diebstahl. Da bin ich nochmal tief in die Materie gegangen. Schaut euch das gerne an. Wer natürlich lieber die Videos anhört, auf der Fahrt, beim Joggen, beim Fahrradfahren. Ich habe jetzt natürlich euren Wunsch erhört. Und jetzt gibt es auch die Videos als Podcast zum Anhören auf Spotify, auf Anchor, aber natürlich auch bei Apple. Bitte lasst auch eine positive Rezension da, wenn es euch gefällt, damit natürlich viele Menschen das lesen und sagen, hey, Finanzintelligenz möchte ich auch direkt ins Ohr haben. Gerne, wie gesagt, abonnieren und weiterempfehlen. Ja, aber warum sind die Preise so stark gestiegen? Da gibt es natürlich mehrere Gründe. Auf der einen Seite haben wir natürlich gesehen, wir hatten Anfang des Jahres eine neue Abgabe natürlich in Deutschland. Nicht, dass wir schon die höchste Abgabenlast und Steuerlast weltweit haben, vor Belgien, vor Frankreich und so weiter. Nein, man muss nochmal eine Schippe drauflegen. Jetzt haben wir auch noch die CO2-Abgabe. Ich sage es ja schon immer, nach Corona kommt dann der Klimawandel und dann wird es natürlich nochmal teurer, weil alles wird mit Geld auf gut Deutsch zuge... Deswegen sehen wir steigende Preise bei Energie, also Benzin, Diesel, Gas, Kohle und so weiter. Aber natürlich auch der Basiseffekt bezüglich der Mehrwertsteuererhöhung. Also nicht Erhöhung, sondern wir hatten ja im Laufe der Corona-Krise 2020 eine Reduzierung. Da hat die Bundesregierung damals, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Mehrwertsteuer gesenkt von 19 auf 16 Prozent, beziehungsweise den reduzierten Steuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent. Und das ist jetzt natürlich wieder, haben wir einen Umkehreffekt. Jetzt sind diese Mehrwertsteuersätze ausgelaufen, sind wieder angehoben werden. Jetzt haben wir schon länger wieder die 19 Prozent und die 7 Prozent. Und das macht es natürlich auch spürbar in den Statistiken bemerkbar. Aber natürlich haben wir auch stark steigende Rohstoffpreise, weil wir haben durch Corona, wir haben durch Lockdown natürlich kaputte Lieferketten. Wir haben Engpässe, wir haben hohen Nachfragebedarf. Wir haben Container, die vor Los Angeles liegen, die nicht abgeladen werden können. Also ganze Containerschiffe liegen da, momentan 51 Stück. Es wird Wochen, Monate dauern, bis die abgeladen werden, weil ein Corona-Fall und der Hafen ist natürlich dicht. Das Gleiche sehen wir auch in China. Und natürlich mit steigender Nachfrage und mit sinkendem Angebot gehen die Preise natürlich Richtung Norden. Und klar, natürlich macht der eine oder andere Händler sich das zunutze und tritt ein bisschen an der Preisschraube, um noch mehr Gewinn für sich einsacken zu können, um die Marge noch mal zu erhöhen. Das kommt zusätzlich noch davor. Aber jetzt wirklich Insiderwissen aus meinem Kundenkreis. Ich habe ja viele Kunden, also nicht nur Family Offices, Privatkunden in der Honorarberatung, sind auch viele Hidden Champions, Weltmarktführer teilweise, Maschinenbauer. Und die sagen mir seit Wochen und zeigen ganz, ganz deutlich auf, dass die Rohstoffpreise explodiert sind, dass die Inflation noch gar nicht wirklich eingepreist ist, weil es wird dauern, bis diese ganze Kostenkette weitergegeben wird an den Endkunden. Und wir reden da nicht von 2, 3, 4 Prozent, sondern eher im zweistelligen Bereich 10, 24, 35 Prozent. Und das wird sich bemerkbar machen in den nächsten Monaten. Aus dem Grund ist natürlich die Aussage der EZB, der FED oder auch anderer Notenbanken weltweit natürlich hanebüchen zu sagen, es ist ein rein temporäres Ereignis, es ist nächste Woche wieder vorbei. Nein, diese Preisspirale, diese Erhöhung der Preise wird anhalten. Und das zeigen viele Indizien, die möchte ich euch heute aufzeigen. Und natürlich, was ihr tun könnt, um eure Kaufkraft natürlich zu schützen vor dieser versteckten Steuer, vor der Enteignung durch die Inflation. Noch ein paar Daten, was passiert ist. Energie ist um 12,6 Prozent im August gestiegen zum Vorjahresmonat. Heizöl sogar um 57,3 Prozent. Kraftstoffe, Benzin, Diesel und so weiter um 26,7 Prozent. Erdgas 4,9 Prozent. Strom 1,7 Prozent. Nadelschnittholz 111 Prozent. Metalle waren im Schnitt 32,2 Prozent teurer als im Jahr zuvor. Roheisen, Stahl 53 Prozent. Nahrungsmittel 4,6 Prozent. Gemüse ist um 9 Prozent gestiegen. Molkereiprodukte, Eier 5 Prozent. Aber auch Gebrauchsgüter wie natürlich Fahrzeuge, gebraucht wegen vor allem, sind stark in die Höhe geschnellt mit 5,5 Prozent. Möbel und Leuchten 4 Prozent. Also überall sehen wir, dass es Preissteigerungen gab durch alle Branchen, durch alle Warengruppen. Und deswegen sehen wir jetzt im Schnitt eine Erhöhung der Preise von 3,9 Prozent. Was ist Inflation eigentlich? Also viele wissen damit vielleicht gar nichts anzufangen. Man hört es öfteren, verwende den Begriff nicht so inflationär. Könnte man zum Beispiel lauterbar sagen, der immer wieder die Angstkeule schwingt mit Corona und Lockdown und Kinderimpfen und so weiter. Oder natürlich bezüglich die Inflation schmälert die Kaufkraft. Der Begriff Inflatio hat nichts mit Philatio zu tun. Sorry, musste sein. Habe ich mir den ganzen Tag ausgedacht und mich höllisch gefreut, das heute mal zu sagen. Nein, Spaß beiseite. Inflatio kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Aufblähen. Also die Preise blähen sich auf. Und schon in der Antike machten die Menschen die Erfahrung, dass es eine Teuerung gab, eine Teuerungsrate gab, dass die Preise gestiegen sind, dass man für seine Gold-, Silber-, Kupfermünzen immer weniger an Waren bekommen hat. Und die Inflation ist eine anhaltende, allgemeine Erhöhung des Preisniveaus. Ja, und damit ein Rückgang der Kaufkraft einer Währung. Also eine Enteignung und oftmals auch eine versteckte Steuer eigentlich. Weil der Staat sich auf Kosten der Bürger entschuldet. Weil wir zahlen dann mehr für Immobilien, für Energie, haben weniger Kaufkraft. Und der Staat, der immense Schulden hat, momentan 2,2 Billionen Euro, dank des nächsten Kanzlers Scholz, dem seine Schulden werden immer weniger. In der Inflation ist es toll, Schulden zu haben. Jeder, der Schulden hat, freut sich gerade. Aber dieser Zustand ist nie von langer Dauer. Irgendwann kippt das ganze System. Da gibt es ein schönes Zitat, nämlich Die Menschen müssen verstehen, dass man nicht ein wenig Inflation haben kann, weil ein wenig Inflation immer zu mehr Inflation führt und mehr Inflation unweigerlich zu noch höherer Inflation. Also irgendwann Hyperinflation, dann sind wir alle eigentlich de facto arm und enteignet. Dann ist das Geld in den Händen nichts mehr wert und der Wert verrinnt, so schnell kann man gar nicht schauen. Und das ist natürlich die große Angst der Notenbanken. Die EZB beschreibt die Inflation folgendermaßen. In einer Marktwirtschaft können sich die Preise für Waren und Dienstleistungen jederzeit ändern. Einige Preise steigen, während andere fallen. Erhöhen sich die Güterpreise allgemein und nicht nur die Preise einzelner Produkte, so spricht man von Inflation. Ist dies der Fall, so kann man für einen Euro weniger kaufen oder anders ausgedrückt, der Euro ist dann weniger wert als zuvor. Exakt. Euer Euro wird durch die Inflation automatisch entwertet. Ihr bekommt immer weniger Gegenleistung dafür. Und 3,9% Inflation ist schon ein Knaller. Das heißt, wer 100.000 Euro auf der hohen Kante hat und wir haben 3,9% Inflation pro Jahr, der hat Ende des Jahres natürlich dann 3.900 Euro weniger Kaufkraft. Das ist ein dicker Urlaub und das ist ein paar Monate Lebenshaltungskosten. Die EZB betont ja immer wieder, dass die Wahrung der Preisniveaustabilität das oberste Ziel ist. Und momentan war das ja, oder bis vor kurzem war das immer so um die 2%. Aber ich möchte euch eins fragen. 2% Inflation, also mir, dir, uns allen, wird jedes Jahr 2% genommen. Was ist da Stabilität? Das heißt, ich habe 2% weniger automatisch. Stabilität wäre für mich 0%, nur mal so als Frage gedacht. Also für mich ist es seit jeher eigentlich de facto paradox, wie man von Stabilität reden kann, wenn man jedes Jahr 2% an Kaufkraft verliert. Für mich ist es reine Augenwischerei und eigentlich eine Mogelpackung, weil das System davon profitiert, aber die breite Masse dafür natürlich zahlt. Wir zahlen die Zeche, dass das ganze Geldkarussell weiter am Laufen ist, damit die weiter ihre Schulden machen können und wir müssen im Hamsterrad immer schneller rennen. Ja, und vorsorglich hat jetzt die EZB im Juli schon ihre Inflationsziele erhöht. Jetzt sagt man nämlich, dass man eine jährliche Teuerungsrate von 2% anstrebt. Also nicht mehr um die 2%, sondern 2%. Bisher war das Ziel immer unter oder nahe 2%. Also jetzt sagt man ganz klar 2% und das ist natürlich schon ein Paukenschlag, weil man erhöht langsam so peu a peu die Grenze nach oben. Vielleicht ist es dann bald 3% oder 4%. Aber jetzt mal die Frage an dich, was bedeutet denn 2% Inflation pro Jahr für dich? Wie lange würde es denn dauern, bis dein Vermögen auf dem Konto, im Safe, im Schließfach oder zu Hause in einem Kopfkissen sich halbieren würde? Bei 2% Inflation würde sich dein Vermögen innerhalb von 35 Jahren halbieren. Und jetzt möchte ich euch aufzeigen im folgenden Schaubild, was nur eine ganz leichte Erhöhung der Inflationsrate, das Inflationsziel von 2% auf 3% bedeuten würde. Auch dieser Chart ist aus meinem aktuellen Buch die größte Chance aller Zeiten. Kleiner Hinweis. Noch ist der Preis 22 Euro für das Buch. Wer weiß, wenn die Inflation kommt, sind es bald 44 Euro. Und siehe da, bei 3% Inflation pro Jahr wäre euer Vermögen schon nach 24 Jahren nur noch die Hälfte wert. Jetzt überlegt euch mal, aktuell sind wir bei 3,9%, also bei fast 4 Jahren. Da würde es noch schneller gehen. Also die Enteignung schreitet voran. Und die Enteignung ist im vollen Gange. Die Inflation ist da und die wird auch erstmal da bleiben. Es wurde so viel Geld gedruckt. Es wurden so viele Konjunkturpakete verabschiedet. Wir haben Engpässe in den Lieferketten, zerstörte Lieferketten. Wir haben eine hohe Nachfrage. Und jetzt vielleicht sogar bald den nächsten Lockdown, die nächste, vierte, fünfte, sechste Welle und so weiter. Der achte Peaks, was da alles kommt. Der Wahnsinn geht weiter und dahingehend müsst ihr eure Kaufkraft schützen. Nie war es wichtiger, wie aktuell sich aktiv um sein Vermögen zu kümmern. Und deswegen, schaut die Videos auf dem Kanal, kommt in die Telegram-Gruppe, abonniert den Newsletter und natürlich folgt mir bei Twitter, at Markfriedrich7. Und lest natürlich das Buch. Da sind wirklich viele wertvolle Tipps drin, wie ihr euer Vermögen schützen könnt. Ich kann es nur wiederholen. Und da ich von einer höheren Inflation in Zukunft ausgehe, könnt ihr euch natürlich jetzt ausmalen, was dann mit eurer Kaufkraft, mit unserer Kaufkraft geschehen wird. Aus dem Grund braucht man jetzt natürlich Wertspeicher, Wertanker, um sein Vermögen, um sein Wohlstand, um sein erarbeitetes Geld zu schützen, die Kaufkraft zu schützen vor der Enteignung durch den Staat. Aber nicht nur Deutschland und in der Eurozone ist die Inflation auf dem Vormarsch. Nein, weltweit ist sie auf dem Vormarsch. Schauen wir uns zum Beispiel Russland an. In Russland war jetzt im August die Inflationsrate bei 6,7 Prozent und damit deutlich über dem Zielwert von 4 Prozent. Die Russen haben es aber jetzt geschickt gemacht, die machen jetzt eine Zinserhöhung, schon die zweite. Und die EZB, die macht gar nichts. Obwohl es ja immer geheißen hat, wenn wir die 2 Prozent erreichen, dann werden die Anleihekaufprogramme gestoppt. Die werden jetzt reduziert, ja, okay, aber sie werden nicht gestoppt. Oder wir werden dann die Zinsen wieder erhöhen, dann bekommt der Sparer wieder was für sein Geld auf dem Konto. Auch das ist nicht absehbar, wird auch nicht passieren. Also Pustekuchen kann man sich in die Haare schmieren. Auch da wurden wir wieder knallhart angelogen von der EZB. Noch heftiger ist die Inflation in der Türkei. Da sind wir fast bei 20 Prozent. Hui, ja, Haller, die Waldfee. Das tut richtig weh. Aber jetzt gehen wir mal auch zu der Wirtschaftsmacht Nummer 1, den USA. Auch da ist die Inflation wirklich, ich würde sagen, heftig. Die kann sich sehen lassen. Hier hatten wir im Juni zum Beispiel ein 13-Jahres-Hoch, wo alle schon dachten, okay, das ist das Top. Mehr kann nicht kommen. Aber auch hier, Pustekuchen, es wurde noch viel, viel heftiger. Im Juni lagen wir schon bei beachtlichen 5,4 Prozent. Das war damals, wie gesagt, der stärkste Anschick seit 2008, seit der Finanzkrise. Aber auch im Juli sind die 5,4 Prozent stabil geblieben. Der absolute Hammer und war aber dann der August. Der August hat alles in den Schatten gestellt. Da sind die Preise wirklich explodiert auf 8,3 Prozent. Das ist ganz schön heftig. 8,3 Prozent, da könnt ihr euch ausmalen, wie viel Kaufkraft da verloren geht. Und ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der hat mir gesagt, er verdient ungefähr 65.000 Dollar im Jahr. Und für ihn ist es wirklich hart, Miete zu bezahlen, Krankenkasse zu bezahlen, Lebensmittel zu bezahlen, Benzin zu bezahlen. Er kommt so gerade über die Runden. Er kann nichts auf die Seite legen. Sein Vater hat damals mit 60.000 Dollar eine fünfköpfige Familie ernährt. Nur er war Arbeiten, nicht die Frau. Er hat ein Haus sich noch gekauft, parallel. Sie waren öfters im Urlaub, hier im National Park, da am Meer. Er fragt sich, wieso kann er das nicht mehr? Und dann habe ich ihm erklärt, dass das die Inflation ist, die über die Jahre hinweg den Dollar immer wertloser gemacht hat. Der Dollar hat seit Einführung eigentlich 99 Prozent an Kaufkraft verloren. Und da ist es ihm aufgegangen, weil er ist alleinstehend, hat keine Kinder, wohnt zur Miete und trotzdem reicht es nicht. Nicht vorne und nicht hinten. Aus dem Grund kann sich ja auch selbst ein Gutverdiener in deutschen Städten keine Immobilien mehr leisten, nichts mehr adäquat fürs Alter hinterherlegen, zurücklegen. Und deswegen sehen wir immer öfters Altersarmut. Und jetzt klingt ein bisschen makab und perfide, aber jetzt versucht man das Narrativ zu drehen, indem man jetzt sagt, ja, aber die Inflation ist doch gut. Hier zum Beispiel im Handelsblatt, die US-Inflation ist ein gutes Zeichen. Ja klar, auf der einen Seite, die Wirtschaft brummt, Nachfrage ist da, aber schlecht für den Kleinanleger, schlecht für den Bürger, schlecht für die Menschen, die nichts auf die Seite legen können, schlecht für die Menschen, die keine Schulden haben und die irgendwie versuchen, um die Runden zu kommen. Schauen wir uns doch mal die Preistreiber an in Deutschland und die für diese Entwicklung zuständig sind. Und hier sehen wir auch zum Beispiel die Einfuhrpreise. Die sind laut Statistischem Bundesamt im Juli um 15% gestiegen. Wahnsinn. Und das ist der größte Anstieg seit September 1981. Puh, da waren viele noch nicht auf der Welt. Mich angeschlossen natürlich, klar. Die grauen Haare sind durchs Licht entstanden. In Wirklichkeit bin ich ganz schwarz. Wie ich auch hier im Kanal immer wieder vorhergesagt habe, führt eben die Corona-Krise zu steigenden Preisen, zu gestressten Lieferketten, zu Engpässen und natürlich zu eingeschränkten Produktionen. Wir sehen, dass ganze Werke geschlossen werden müssen, dass Verladehäfen wegen einem Fall oder zwei Fällen dann wegen Verdachtsfällen geschlossen werden und dann natürlich immer wieder die ganzen Ketten einfach stoppen, komplett stoppen. Wir sehen, dass wegen dem Chipmangel Autofabriken geschlossen werden. Wir sehen, dass weniger Autos gebaut werden. Deswegen auch die steigenden Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Und gefährlich kommt hinzu natürlich die expansive Geldpolitik der EZB. Man stoppt nicht die Aufkaufprogramme, man reduziert sie lediglich. Trotzdem pumpt man noch weiter Geld ins System. Und ich möchte nochmal erwähnen, noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit eine Krise durch Gelddrucken durch die Druckerpresse gelöst oder Wohlstand erzeugt, indem man einfach Geld ins System gepumpt hat. Das ging immer schief. Warum man wirklich diese Hybris jetzt hat, zu glauben, dass es diesmal funktioniert, I don't know. But this time is different. Bis es eben nicht so ist. Deswegen, da würde ich mich davor wappnen, würde mein Geld in Sicherheit bringen. Auch der PPI ist um 10,4% gestiegen. Das sind die Erzeuger- und Produzentenpreise der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland. Und das ist die höchste Rate seit Januar 1975. Und da kann ich mit Fug und Recht behaupten, da war noch nicht mal ich auf der Erde. Man kann wirklich behaupten, dass Scholz und Co. jetzt gerade durch die Bundestagswahl viele Menschen ablenken und dass die meisten zum Glück noch nicht die Realität erkennt haben, dass wir hier in der Matrix sind, beziehungsweise es wird ein böses Erwachen geben, weil die Preise werden stark steigen. Wir haben eine Mangelwirtschaft. Wir sehen immer mehr totalitäre Strukturen und Tendenzen. Wir sehen eine Überwachung überall. Wir werden einen sinkenden Lebensstandard haben. Altersarmut wird meiner Ansicht nach explodieren, weil demografische Kurve, das ist ja der Elefant im Raum, der überhaupt nicht angesprochen wird, ist natürlich gigantisch. Wir sind einfach viel zu wenig junge Menschen. Und die Menschen, die Älteren sind immer mehr, die Boomer-Generation und die werden immer älter. Aber unten kommt nichts mehr nach. Das ist einfach, wie gesagt, eine Pyramide, die sich nach oben verschiebt und die uns zum Nachteil ist, der jüngeren Generation. Und für mich besonders besorgniserregend sind die enorm starken Preiszuwächse bei den Lebensmitteln. Diese sorgen immer für Verwerfungen und für soziale Unruhen. Der arabische Frühling entstand unter anderem, weil die Brotpreise in Tunesien und aber auch in Ägypten extrem stark gestiegen sind. Und wenn die Menschen nichts zu essen haben, also keine Brot und Spiele, dann gehen sie irgendwann auf die Straße. Dann ist Rambazamba angesagt. Und wir sind hier noch im Schlaraffenland. Aber ich rede jetzt von Ländern, denen es nicht so gut geht. Emerging Markets, Schwellenländer, arme Länder, die 50, 60, 70 Prozent ihres Monatseinkommens jetzt schon für Lebensmittel ausgeben müssen. Wenn da die Preise um 10 Prozent steigen, dann ist da wirklich Endegelände. Und das hat natürlich eine Sprengkraft. Und jetzt schaut euch das mal an, im August sind die Lebensmittelpreise weltweit im Schnitt zum Vorjahr um 32,9 Prozent gestiegen. Das sind die Zahlen der Food and Agriculture Organization. Ein Hinweis auch hier, man sieht auch bei Google Analytics, dass der Begriff Inflation öfters gegoogelt wurde in den letzten Wochen als vor Monaten noch. Und da möchte ich auch nochmal auf das extrem wichtige Kapitel in meinem Buch der Zyklen zurückkommen. Der Schuldenzyklus ist jetzt am Ende angekommen und er endet immer in einem Crash. Es sind immer die gleichen Abläufe. Angekündigt werden diese Crashs immer von einer steigenden Inflation und steigenden Rohstoffpreisen. Der letzte Schuldenzyklus endete mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Danach, 1945, startete der aktuelle Schuldenzyklus und ist jetzt im 76. Jahr und damit eigentlich schon überreift. Ray Dalio nennt es den Big Cycle. Und hier ist auch ein Schaubild, der das schön erklärt. Das haben wir auch gesehen, nach 1945 kamen auf einmal neue Freiheiten, Frieden, Wohlstand und produktives Schuldenwachstum. Die Schuldenblase wurde immer größer und dann kam eine große Vermögenslücke. Mit dem Platzen der Schuldenblase, das war dann 2008, der wirtschaftliche Abschwung. Es wurde Geld gedruckt und immer mehr Kredite vergeben. Und irgendwann kommt dann halt eine Revolution, eine Reform, Kriege. Ja, und dann kommt die Schulden- und politische Umstrukturierung in eine neue Weltordnung. Von der wird ja jetzt schon überall gesprochen, der New World Order. Ich habe es im Buch auch so geschrieben. Sobald die neue Wirtschaftsmacht etabliert ist, folgt eine Zeit von Prosperität und Frieden. Die Wirtschaftsmächte sind dominierend und stellen die Weltleitwährung, aktuell den Dollar. Deren Gesellschaft gewöhnt sich an stetig wachsenden Wohlstand und verschuldet sich daher immer mehr. Dies führt zu Konsum auf Pump, zu einer Schuldenblase und einem Aufblähen des Bankensektors, sowie einer Inflation bei Vermögenswerten. Die Zinslast steigt, das Wachstum schwächt sich ab, die Ungerechtigkeit nimmt zu, die Schere zwischen Arm und Reich wird stetig größer, was zu sozialen Spannungen führt. Transferleistungen nehmen zu, Sozialkosten explodieren, die Notenbanken erhöhen die Geldmenge, die Wareinflation steigt und darauf an wird die Notenbank mit noch mehr Geld drucken. Es entstehen weitere Exzesse und Spekulationsblasen, die schließlich zum Platzen der Blase führen. Soziale Unruhen und sogar Krieg können das Resultat sein. Da haben wir den Salat. Immer wieder das Gleiche. Also lest das Zyklenkapitel oder hört es euch an im Hörbuch, das gibt es auch, entweder als CD oder natürlich zum Download. Und seit 2000 Jahren immer das gleiche Spiel. Man muss es nur einmal verstehen, dann kann man das ganze Puzzle zusammensetzen, hat den Überblick und weiß sich zu schützen. Ja, also was tun? Kommen wir zu den Lösungen. Ihr seht also, nie war es wichtiger, sich aktiv um sein Vermögen zu kümmern. Wie ich auch im letzten Buch aufgezeigt habe, wurde uns letztes Jahr noch erzählt, die wahre Inflation wäre 0,5%. Dabei, habt ihr sicher ausgerechnet, war sie 13,73%. Was der Wahrheit schon näher kommt, wenn wir sehen, wie die Immobilienpreise explodiert sind, wie der DAX explodiert ist, wie die Vermögenspreise explodiert sind. Und wenn man das Geld auf dem Konto hatte, was die meisten Deutschen leider machen, schaut euch das hier an. Der Deutsche hat im Schnitt 2,73 Billionen Euro auf dem Konto, weil er Angst etwas zu machen hat. Er hat Angst vor Aktien, er hat Angst vor Bitcoin, er hat Angst vor jeglichem Investment. Da lässt es lieber verschimmeln und verrotten auf dem Konto, wo es jeden Tag weniger wert wird, vor allem bei einer saftigen Inflation von 3, 4, 5, 6% und wo sogar noch Minuszinsen drohen. Parallel, ja, wird die nächste linke Regierung, wird Olaf Scholz als der nächste auserkorene Bundeskanzler natürlich eine Vermögensgabe einführen und wird weitere Abgaben vorbereiten. Es wird alle treffen, wir alle werden die Zeche zahlen, wir sind der Staat und dafür müsst ihr euch schützen. Noch ist das Zeitfenster da, aber nach der Bundestagswahl, denke ich mal, haben wir vielleicht noch 3, 6 Monate eine Karenzzeit und dann geht es ab. Dahingehend die Empfehlung, Geld auf dem Konto macht überhaupt keinen Sinn. Erstens, es gehört nicht euch. Zweitens, die Inflation frisst euch jeden Tag ein bisschen Kaufkraft und Wohlstand weg. Drittens, drohen irgendwann Minus- oder Negativzinsen. Ihr müsst es irgendwie umverteilen. Wir sehen ja, die Notenbanken drucken unlimitiert Geld. Wir sehen, die Staaten machen unlimitiert Schulden. Wir sehen, die Steuern gehen immer unlimitiert weiter nach oben. Aus dem Grund braucht ihr Gegengewichte zum Schutz für eure Kaufkraft als eine Art Lebensversicherung für euer Vermögen in Form von limitierten Werten. Limitierte Werte, die durch die Natur limitiert sind oder durch die Mathematik. Da bietet sich natürlich an Gold, Silber, Palladium, Platin, aber natürlich auch ein Stück Boden. Also Forst, Wald, Acker, Whisky, die limitiert sind. Whisky, die limitiert sind, habe ich auch ein Video gemacht mit Horst Dünning. Gerne anschauen, das findet ihr hier. Diamanten, Bitcoin, viele Bitcoin-Videos findet ihr bei mir in der Playlist, schaut sie euch an oder lest natürlich das Bitcoin-Kapitel in meinem aktuellen Buch. Oder auf der Webseite könnt ihr euch auch das 1x1-Handbuch zu Bitcoin runterladen, kostenlos. Einfach auf friedrich-partner.de, dann runterladen, dann habt ihr das auch. Also ihr müsst versuchen, Wertspeicher, Wertanker zu finden, um euch vor dieser Enteignung zu schützen, weil, wie gesagt, Inflation ist nichts anderes als eine versteckte Steuer. Inflation ist meiner Ansicht nach Diebstahl. Die Uran-Aktien, die ich vor einigen Wochen, Monaten empfohlen habe oder auch meine Top 5 Investments von Anfang des Jahres, das Video findet ihr hier unbedingt anschauen, sind durch die Decke gegangen, Uran ist explodiert, die Minenaktien sind stark gestiegen, Bitcoin hat sich gut entwickelt, Ethereum und so weiter. Also dahingehend schaut das Video an, schaut euch durch die Playlist durch und ihr müsst aktiv werden. Ich kann nur dafür appellieren, macht was mit eurem Geld, betreibt finanzielle Intelligenz, bildet euch fort, weil nie war es wichtiger. Ich kann es nur noch mal von Herzen sagen, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten Unglaubliches erleben, in den nächsten Jahren. Es wird wild werden und da seid ihr froh mit jedem Euro, den ihr aus dem Bankenkreislauf zieht und natürlich auch aus der Sichtbarkeit der Politik zieht, weil die werden die Steuer erhöhen. Es wird dann kommen, hier Corona-Abgabe und Black Swan Ereignis und nochmal eine Krise und das konnte ja keiner wissen und die ganze Inkompetenz wird abgeschoben auf Corona. Die ganzen historischen Fehlentscheidungen, die müssen wir zahlen, wir sind der Staat, wir sind der Bürger, ich kann es nur noch mal wiederholen. Deswegen bitte teilt dieses extrem wichtige Video, gebt die Informationen weiter. Es gibt einen Grund, warum die EU ein Vermögensregister implementieren will. Dazu habe ich auch hier ein Video gemacht, unbedingt anschauen. Es gibt einen Grund, warum Scholz unbedingt eine Vermögensabgabe implementieren möchte, warum immer weiter Steuern forciert werden, warum immer, immer mehr aus uns herausgequetscht werden soll. Des deutschen liebsten Kind, die Lebensversicherung hat ebenfalls ausgeliehen. Über 80 Millionen Lebensversicherungen gibt es noch in Deutschland. Die Garantieverzinsung ist zwischen 0,6 und vielleicht 4 Prozent. Aber jetzt sehen wir schon bei 3,9 Prozent hat man auch mit 4 Prozent eigentlich wirklich keine gute Rendite mehr. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, unbedingt anschauen. Hier, warum ich jetzt Lebensversicherung, Riester, Rürup, Bauschalverträge abstoßen würde, verkaufen würde, solange es noch geht, weil auch da gibt es irgendwann die Möglichkeit, dem einen Riegel vorzuschieben, dann kommt der nicht mehr aus den Verträgen raus. Und dazu habe ich auch, wie gesagt, im Buch ganz, ganz viel geschrieben. Gerne lesen oder das Video anschauen. Und dann könnt ihr mit dem Geld machen, was ihr wollt. Ihr habt keine Drittparteien, keine Makler, keine Versicherung, die noch mitverdienen möchte. Oder der Staat, der sagt hier auch nochmal, ein paar Euro wollen wir auch noch haben. Also ihr müsst eure eigene Bank werden. Ihr müsst mündige Bürger sein, aber auch mündige Investoren. Und meine Top 5 Investments aus dem Video Anfang des Jahres gelten meiner Ansicht nach immer noch. Ich bin immer noch positiv gestimmt bei Bitcoin. Ich bin immer noch positiv gestimmt bei Aktien im Rohstoffbereich, für Gold, für Silber. Also langfristig. Wer langfristig Marathon läuft. Und ich rede immer von einem langfristigen Horizont für die nächsten Jahre. Der ist froh, wenn er jetzt dann in solchen Investments investiert ist in den nächsten Jahren. Wer weiß, ob man in ein paar Jahren noch anonym Gold und Silber kaufen kann. Wer weiß, ob man dann noch überhaupt an diese ganzen Werte drankommt. Weil es kommt eine Vermögensabgabe, es kommt der digitale Euro, es kommt ein Vermögensregister und China ist das große Vorbild. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie fandet ihr das Video? Teilt es bitte auf jeden Fall. Lasst ein Abo da. Wie schützt ihr euer Geld, euer Vermögen vor der Inflation, vor der Kaufkraft, Enteignung und Entwertung? Glaubt ihr, die Inflation ist ein temporäres Ereignis, so wie es Lagarde und Paul sagen? Oder glaubt ihr eher, wie ich, dass die Inflation bleiben wird und auch heftiger wird? Aus dem Grund mache ich ja auch die Serien, wie zum Beispiel den Rohstoff-Superzyklus. Schaut euch die ganzen Videos mal an in der Playlist von Investieren in der Pandemie. Eine geniale Serie, die letztes Jahr gelaufen ist. Bis hin zu der Rohstoff-Superzyklus-Serie, wo wir genau diese Themen besprechen. Wo ich mit den besten Investoren, mit den erfolgreichsten Rohstoffmanagern, mit Koryphäen aus dem Finanzbereich über diese Themen rede. Egal ob Ole Hansen von der Saxo Bank oder mit Ronny Stöfferle oder Mark Wallek, mit Lynn Alton. Sehr sehenswertes Video. All die sehen, dass die Inflation kommt. Und all die wollen natürlich gucken, dass wir die richtigen Investmententscheidungen treffen. Das ist meine Intention. Und deswegen mache ich hier diesen Content. Stehe hier Samstagabends vor der Kamera in meiner Freizeit. Damit ihr auf jeden Fall einen Gedankenanstoß habt, nachdenkt und euch überlegt, wie kann ich mein Geld in Sicherheit bringen. Teilt das Video kräftig mit Freunden und Bekannten. Wie gesagt, nie war es wichtiger. Ich kann es nur noch mal unterstreichen. Ich habe jetzt viel gepluppert. Ich hoffe, es war ein großer Mehrwert für euch. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn ihr die Glocke aktiviert. Und natürlich, wenn ihr mir folgt, auf Twitter, Instagram und natürlich auch auf Telegram. Leute, ich wünsche euch was. Und denkt immer daran, trotz Inflation ist die Welt da draußen besser. Als immer glauben. Herzlichst, euer Marc.